Hallo meine Lieben, ja, immer wieder taucht das Thema auf, THG-Quote wird reduziert, der Kaufbonus für Elektroautos wird reduziert. Und mir fällt persönlich dabei immer auf, die Diskussion ums H-Kennzeichen, um die Steuersubvention, die im Durchschnitt wenige Euro bis vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr pro Fahrzeug ausmacht. Die werden aber gezahlt, die Steuern, die Geverhängigkeiten, das darf man auch nicht vergessen. Und immer wieder taucht dieses Thema auf. Was mir persönlich dabei auffällt, ist, dass gerade die Elektroautofahrer, die dann das Ganze vertreten, ja, das geht ja nicht, dass man Subventionen hier ausstellt für alte Autos und so weiter. Stopp mal, was ist denn mit euren Subventionen? Kaufprämie vom Staat? THG-Quote, die ihr euch mit dem Elektroauto abholen könnt? Und ein ganz wichtiger Punkt, den ihr immer wieder gerne vergesst, eure Elektroautos sind in den ersten zehn Jahren steuerbefreit. Das ist auch ein Thema, wo meiner Ansicht nach die Politik mal ran sollte. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem viele Elektroautos gekauft und verkauft werden. Und wir eigentlich auch an dem Punkt sind, dass eine steuerliche Subventionierung für eben genau diese Fahrzeuge durch Wegfall der Kfz-Steuer eigentlich überholt ist. Wir haben es früher gang und gäbe gehabt, dass Fahrzeuge ein Jahr, ein halbes Jahr, zwei Jahre steuerbefreit waren. Da können wir gerne wieder darauf zurückkommen. Wer ein Elektroauto kauft, ist von mir aus zwei, drei Jahre steuerbefreit. Wer einen Hybrid kauft, der mindestens 100 Kilometer Reichweite hat, und da sind wir bei einem Punkt, das haben die wenigsten, der kann auch von mir aus noch ein Jahr oder anderthalb Steuer befreit werden. Aber eine generelle Subventionierung von zehn Jahren Kfz-Steuerfreiheit, die Kfz-Steuer, die eigentlich für den Erhalt der Straßen mit auch angesetzt werden sollte, die stärker abgenutzt werden durch die wesentlich schwereren Elektroautos, durch die teilweise auch breiteren Reifen noch auf breiterer Fläche abnutzen, aber ist ja ein anderes Thema. Es ist eine steuerliche Subventionierung in dreifacher Form, die wir an Elektroautofahrer in Deutschland geben. Und da finde ich es persönlich ein Unding, dass man sich über ein, vielleicht zwei Prämien, die geringer ausfallen, dann beschwert. Das finde ich nicht, ehrlich gesagt Leute, das ist nicht in Ordnung. So, bevor jetzt hier der große Hate-Speech und so weiter losgeht. Leute, ich überlege selber mir ein Elektroauto zu kaufen als Daily-Ersatz. Ich überlege mir aber nicht einen neuen zu kaufen, sondern ich bin ein Mensch, der nachhaltig denkt. Ich kaufe, wenn, ein älteres Fahrzeug, ein gebrauchtes Fahrzeug und fahre das länger als sein Vorbesitzer es wahrscheinlich überhaupt hätte gefahren wäre. Ja, also an der Stelle schon mal ganz klar gesagt, ich bin nicht gegen Elektromobilität. Ich finde es interessant, ich habe auch mehr wie einmal die Möglichkeit gehabt, Elektro zu fahren und nutze diese Möglichkeiten auch gerne. Und trotzdem ist mir bewusst, dass die Elektromobilität sehr stark subventioniert wird. Rechnet euch mal hoch, was ihr an Steuerersparnis über zehn Jahre habt, was ihr an THG-Quote bezahlt bekommen habt und was ihr an Förderung durch die Steuerersparnis und so weiter kriegt. Das ist Subventionierung. Und nicht ein H-Kennzeichen, was ein paar hundert Euro weniger kostet. Weil wir reden beim H-Kennzeichen über ein paar hunderttausend aktuell bei den Elektroautos. Es sollen über eine Million werden. Und da geht dem Staat Steuergeld verloren. Durch die Nicht-Einnahme der Kfz-Steuer bei Elektrofahrzeugen. Es geht Geld verloren durch Kaufanreize. Hätte man die nicht sagen können, liebe Autohändler oder Hersteller, ihr seid in der Pflicht, wir sorgen dafür, dass ein vernünftiges Netz ausgebaut wird. Das wäre ein Ansatz gewesen für eine Förderung. Aber dreifache Subventionierung und sich dann noch beschweren, wenn ein oder zwei dieser Subventionierungsposten geringer ausfallen, wenn der große immer noch dasteht, das ist nicht in Ordnung, Leute. Ihr kriegt teilweise mehr THG-Quote, als ihr für eure Elektroautos an Steuern zahlen müsstet. Denkt auch mal darüber nach. Nehmen Sie dann, meine Lieben, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. An dieser Stelle doch mal der Hinweis für die, die jetzt im Kanal relativ frisch sind. Hier werden keine Beleidigungen auf dem Kanal geduldet. Es werden keine Anfeindungen, keine Auffahrungen zu Gewalt oder Ähnliches toleriert oder zugelassen. Jeder darf hier seine freie Meinung sagen. Aber der Ton macht die Musik. Und gewisse Sachen, Geflogenheiten sollten auf diesem Kanal, und nicht nur auf meinem Kanal, sondern eigentlich auf allen Kanälen herrschen. Da sollte man sich vielleicht auch mal darüber Gedanken machen. Das kommt aber in einem separaten Video. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten. Euer hier bei Mike's Kosmos. Euer Mike. Like, teilen, abonnieren, da freue ich mich natürlich auch drüber.